so leute wie ihr seht besuche das mbl kreativzentrum ich habe die lösung gefunden ich werde euch auch gleich zeigen genau so wie ich es gemacht habe erstmal danke an den der mich eben auf die idee gebracht hat ich habe es nur durch zufall hingekriegt ich sag's euch einfach wie es ist so ich gehe gerade aus dem kreativ modus wieder raus bzw warte ich kann es euch glaube ich auch hier schon zeigen ja hier ist das klassische zentrum so ja der chat ist am ausrasten so dann habe ich bin hingegangen auf hoherige inseln und hier ist mba cross overhoop der map code steht hier 2008 0 4 2 8 3 9 1 2 bin hier auf annehmen gegangen dann hat die map sich geladen und dann bin ich reingegangen das habt ihr ja gerade gesehen dann kam die meldung dass die aufgabe geschafft ist und so habe ich das ganze gemacht ich gehe jetzt gerade noch mal komplett in die lobby weil eigentlich müsste ich ja jetzt meine belohnung bekommen alle die jetzt gerade im chat sind ich gucke gleich nach dem code alles gut aber die andere belohnung fehlt noch wenn das jetzt nicht gezählt hat also weg ist die aufgabe schon mal warte spinnt wo kann man das banner ändern luca spinnt und dann ganz unten spinnt und so ein achter doch gott wo sollen das jetzt hier sein hat das namen in splint standard ja gut ihr habt ja gesehen also die aufgabe ist gelöst irgendwo ist das banner jetzt versteckt aber fragt mich jetzt bitte nicht wo dieses banner ist weil ich benutze die banner nie ich habe irgendwann mal habe ich mir mal mein äckchen da ausgesucht und das war's dann aber ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen weil wir sehen die aufgabe ist erledigt ist geschafft und so ist das ganze halt lösbar ich hoffe ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen wenn ja gern da lassen gern abo da lassen und in dem sinne würde ich sagen sehen wir uns schon bei der nächsten aufgabe hier ist das basketball war es ein basketball die mode war das ein basketball die mode ich weiß nicht ob das das war ich habe nicht darauf geachtet weil das banner wurde mir nicht angezeigt weißt du als belohnung das ist mein problem gerade das ist alles klar also hier ist das dann unter speziell ziemlich weit unten und in dem sinne würde ich sagen euch viel spaß mit dem banner und haut rein ist ein paar habe ich im mut gesagt dann sorry aber so funktioniert das ganze den code schreibe ich auch noch mal in die video beschreibung von der map und in dem sinne bis dann